Soldat Arkham, weil sie nackt auf einen Baum gesungen haben bei minus zwei Grad, waren sie jetzt vier Wochen krankgeschrieben wegen Schnupfen. Ich hoffe, sie wissen noch, wie man mit dieser Waffe umgeht. Das ist ja nicht schwer. Wie wär's, wenn sie die Waffe vorher nachladen? Ich bin mir nicht sicher, ob bei ihnen wirklich schon alles gesund ist. Okay, was ist hier bitte los? Sie haben gesagt, ich soll die Schrotflinde wieder zusammenbauen. Aber doch nicht mit einer Waschmaschine. Das ist die Schrotflinde. Aber wie? Ich hab doch gesagt, ich bin schlecht darin, Dinge wieder zusammenzusetzen. Als ich mal die Scheibenmischer bei mein Auto gewechselt hab, hat die NASA es für die Raumfahrt beschlagnahmt. Wie eine Granate funktioniert, das wissen sie ja bereits. Fangen sie an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hä? Ich glaube, die Granate ist disconnected. Boah, regnet es? Seien sie vorsichtig. Dieses Kaliber feuert vier Raketen ab. Fangen sie an. Hilfe! Hey, das Ding ist zu stark! Lassen sie doch einfach den Abzug los, sie lauch! Wie haben sie die Musterung bestanden? Ich hab bei meinem Gewicht gelogen. Aber sie sind blind! Ach, deswegen seh ich schon mein Leben lang nichts. Okay, okay. Fangen wir einfach an. Haben sie schon mal eine Waffe abgefeuert? Sind sie irre? Ich bin doch blind! Warum schickt mir das Jobsender immer die Verrückten? Ich bin doch im Moment. Ich bin doch nicht. Ich bin doch nicht. Vielen Dank.